Wir können uns eine Town Hall leisten, ich glaube es aber noch nicht. Also so richtig leisten können wir sie uns zwar noch nicht, aber es wird die jetzt so vorbeikommen. Iron, mhm. So und jetzt ist die spannende Frage, na eigentlich scheiß drauf. Schicken wir die alle in die Mine. Naja, vier können auf die Felder. Wir brauchen unbedingt jetzt gleich Eisen. Also erstmal für die Town Hall und dann halt für den Blacksmith, der dann aufarbeiten muss. Und die Frage ist halt, kann er es dann? Wird er es hinkriegen, das zu kompensieren? Jetzt der Schuh nur noch zwölf. Genau, dem fehlt jetzt nämlich schon das Eisen. hat es gefunden, hat es gebaut. Ja, sieht gut aus. Naja, und... Scheiß drauf, aber... Das habe ich schon sehr oft gesagt, glaube ich. mhm, 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 mhm. So, wie viel fehlen noch? Sieben. Jetzt wird gebaut. Machen wir mal Bilder draus. Wird die Town Hall schneller fertig? Eine Town Hall hatte ich noch nie. Hatte ich noch nie. Ich habe es echt geschafft. Warum ich es diesmal auch irgendwann geschafft habe. Das waren, glaube ich, die Gavra Huts. Die sind so effektiv. Das wusste ich. Also, ich glaube, ich hatte beim letzten Mal eine oder so. Ich weiß nicht, was ich da... Was ich da jetzt besser anders gemacht habe. Auf jeden Fall... Ja, hier unten Leder, Kartoffeln. So, wer ist gestorben? Meiner Kölb-Reduering-Cave-In. Ja, Minenarbeiter und Steinbrucharbeiter leben gefährlich. Aber ist jetzt auch nicht so die neue Botschaft, glaube ich. Ich sehe gerade etwas, was wir machen können. Ne. Genau. Weil... Hier unten noch eine Brücke. Hier ist alles dicht an dicht. Muss mal ein Lagerhaus mal abreißen. Weil vor der... Auch noch eine Brücke bauen. Und... Dieses... Nehmen wir weg. Das ist eins breiter. Das heißt, wir können noch ein Haus daneben stellen. Um die Lücke zu schließen. Das sieht echt gut aus. Drei Arbeiter schon wieder nachgekommen. Ha, 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 ha! Auch schon wieder... Gestorben. Yeah! Ja! Das ist endlich! Endlich! Produktion pro Jahr und überhaupt! Alle Statistiken, wie man sie haben will, super, gesamtes Inventar, in Trading Posts, in Homes, sehr geil, so, Nomaden kann man auch und ich habe Walnüsse, genau, die drei Sachen habe ich, so, das soll abgefasst werden, was haben wir denn jetzt, was ist denn jetzt bitte voll, ja, die, wir haben sehr viele volle Storage Bands, das weiß ich, aber, ja, Moment, warte mal, warte mal, warte mal, das können wir da noch optimieren, dafür können wir was machen. So, da muss es nämlich nur kurz nach nebenan geschleppt werden und dann ist gut. Das ist gut. Overview Production. Wir produzieren fast die 50.000, ne? Womit? Also unsere Arbeit, äh, unsere, unsere Farmer sind längst unterbesetzt. Ist das wirklich nur die Gevers? Was da Gevers hat? Die hauen richtig rein. Also wir haben eine große Storage Capacity, ja, aber... Was haben wir da? Miner Wars Killed by Cave-In. So. Förster. Förster sieht echt gut aus jetzt. Das Lock Limit ist 500, das ist auch gut, das könnten wir mal erreichen. Oh, das ist alles voll. Alles einfach nur voll. Das ist richtig gut, das ist richtig gut. I like, I gefällt. So, weil hier drüben kommt die Query hin. Ähm, also die Miene. Nein, Steinbruch. Es ist spät. Ähm, genau. Der Steinbruch. Kommt hier drüben hin. Das hier mit der Ecke sieht einfach hässlich aus. Aber es geht nochmal nicht anders. So, mal gucken, wie... Das können wir ja jetzt hier alles sukzessive vollknallen mit Häusern. Ich hoffe auch auf Nomaden. Das wäre mal schön. Der Markt ist auch voll. Hinten ist doch noch Platz. Was erzählt ihr denn da für ein Blödsinn? Hier ist ein komplett leeres Lagerhaus. Der erzählt mir ständig was von... Voll, voll. Voll, der bringt es voll. Ach nee. Oh, scheiße. Ich brauch den. Voll. So, Stein hab ich auch fast keinen mehr. Hier hab ich alles schon abgebaut. Jetzt kann ich nur warten, bis die Brücke fertig ist. Und dann hol ich hier allen Stein und alles Eisen raus aus dem Gebiet. Ja, ich kann ab hier komplett alles roden und leer machen. Fast hab ich endlich auch genug. Ich hab sogar Arbeiter über. Wow. Sieht echt gut aus. Sieht echt gut aus. Das sind fast alle educated. Das ist echt gut. Ja gut, und es ist der Winter und da... Ich will auch die Nomaden haben. Was ist mit dieser Brücke? Die muss immer um diesen einen... Ich muss den zweiten Wendor einstellen. Wann wird denn das endlich mal abgerissen? Das mit dieser Brücke hier geht mir echt auf den Nischel. Es rennt ja immer ständig von rechts nach links und... ...haut zweimal drauf und muss dann von der anderen Seite wieder draufhauen. Dass nur einer ist. Unglaublich. Fuck it. Das Ding ist endlich mal fertig. Hier vor allem Iron. Das ist gut. Ich muss bloß noch dieser Storage-Bahn weg. Und so zwei Bilder mal hinkriegen. Wäre ich Ihnen echt dankbar für. Produktion used. 5000. Produced. Used by year, produced by year. Also hier haben immer noch 2000 Überproduktion pro Jahr. Das ist gut. Endlich Statistiken, mit denen man was anfangen kann. Mann, ist das schön. So, Demolition ist im Gange. Aber, aber, aber... Ja, hier... Die sind zwar auch schon fast wieder voll. Aber es wird zu langsam. Es wird auch verbraucht. Oh, endlich ist das weg. Oh, endlich ist das weg. Das ist ein, ne, ne. Okay. Okay. Oh, endlich ist das weg. Das ist weg. Dann, ich gehe mit dem, in der Fall. Dann, wir gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist zwar wieder nicht in der Flucht, aber pfff, scheiß drauf, ey Draufgeschissen, ernsthaft Untertitelung des ZDF, 2020 So, Steinbruch, hätten wir dann auch Dafür brauchen wir noch mehr Arbeiter, noch mehr Arbeiter, die wir brauchen Ui, ich kann das Haus hinbauen, ich glaub's ja nicht Ich bin ja nicht in der Flucht, die wir brauchen, ich bin ja nicht in der Flucht Untertitelung des ZDF für funk, 2017